exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren für 1 zr 226 23 entscheidung vom 10 724 rechtsprechung zur mietpreisbindung bei unbefristeten mietverhältnissen in der entscheidung vom 10 juli 2024 die unter dem aktenzeichen fight zr 7623 geführt hat der bundesgerichtshof bgh ein bedeutendes urteil zur mietpreisbindung in unbefristeten mietverhältnissen gefällt diese entscheidung hat weitreichende konsequenzen für mieter und vermieter in deutschland da sie grundlegende aspekte des mietrechts betrifft laut der urteilsbegründung stellte der bgh klar dass die mietpreisbremse nicht nur in neu abgeschlossenen mietverhältnissen anwendung findet sondern auch für unbefristete mietverträge relevant ist wenn sich die bedingungen zwischen den parteien ändern dies bedeutet dass auch bestehende mietverhältnisse den regelungen der mietpreisbremse unterliegen wenn der vermieter den mietpreis anpasst der fall der zur entscheidung führte betraf einen langjährigen mieter der nach einer preiserhöhung durch den vermieter rechtliche schritte unternahm die richter argumentierten dass es aus gründen des mieterschutzes notwendig sei bestehende mietverhältnisse vor übermäßigen preisanpassungen zu schützen der bgh vertrat die auffassung dass die regelungen der mietpreisbremse auch in fällen anwendung finden müssen in denen der mieter nachweislich vor der preiserhöhung laut den marktüblichen konditionen zahlen musste die revision die zum bgh führte wurde von der ersten instanz abgelehnt da diese ebenfalls die auffassung vertrat dass der vermieter nicht berechtigt sei die miete über die zulässigen grenzen zu erhöhen der bgh sah dies als bestätigung der argumentation an und unterstrich damit die bedeutung der rechtssicherheit im mietrecht das gericht wies außerdem darauf hin dass die einhaltung der mietpreisbremse nicht nur im interesse der mieter sondern auch im allgemeinen interesse der stadtentwicklung und des sozialen friedens sei ein weiterer zentraler punkt der entscheidung war die frage nach der wirksamkeit von klauseln im mietvertrag die eine mietpreisanpassung vorsehen der bgh stellte fest dass solche klauseln nur dann rechtskräftig sind wenn sie im einklang mit der mietpreisbremse stehen das bedeutet dass eine nicht überprüfte anpassung durch den vermieter als unwirksam erachtet werden kann die entscheidung hat nicht nur rechtliche sondern auch praktische konsequenzen mieter müssen sich nun stärker über ihre rechte informieren während vermieter darauf achten müssen dass ihre mietverträge den gesetzlichen vorgaben entsprechen so könnte sich die rechtsprechung auf den wohnungsmarkt in ganz deutschland auswirken indem sie die stabilität der mietpreise fördert und die wirtschaftlichen belastungen auf mieter reduziert zusammenfassend lässt sich sagen dass das urteil des bgh weitreichende auswirkungen auf die praxis des mietrechts hat es zeigt die notwendigkeit die rechte der mieter zu schützen und unterstreicht die wichtigkeit einer verbindlichen regelung die sowohl den interessen der mieter als auch der vermieter gerecht wird autor anita farke mittwoch 21 august 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen